So, jetzt wollen wir sehen, dass wir hier verbinden. Videostream wird abgerufen. Ah! Wir sind wieder da! So, Kurt, Herr Max, Frauen sind ja gute Beobachter. Warum? Warum, weiß ich nicht, aber es soll angeblich so sein. Warte mal, übertragen, starten. Ach so, jetzt. Jetzt. So, Kurt, Frauen sind angeblich gute Beobachter. Warum? Warum, weiß ich nicht. Aber, was hat sich denn in diesem Bild, jetzt gerade bei uns verändert, liebe Frauen? Wer weiß es? Wer weiß die Antwort? Weiß ich nicht, was hat sich verändert? Ach so, wir sind jetzt woanders. Aha! Aber das müssen Sie selber. Aha! Ihr seid off. Ja, wir sind off, aber wir sind jetzt wieder on. Wir sind wieder on. Stark, klopft, Stammtisch. Da. Stefan Klinkerauf ist dabei. Hi. Jo, Stefan. Stefan, hallo. Sag mal, wieso, Stefan, wieso spielst du heute gar nicht? Bist du genauso schlecht wie ich, oder was? Keiner engagiert dich am Freitagabend. Oder bist du unterwegs? Sorry. Ja, wir haben Britta abgehängt. Und die anderen? Weil wir erst auf meinem Account drin waren. Und jetzt sind wir hier? Lach, habt ihr die Stange besorgt, fragt Simone. Nee, haben wir nicht besorgt. Haben wir nicht besorgt. Nein. Habt ihr gesagt, der Baumarkt hatte gestern Abzug? Ja. Wer ist denn diese Katrin? Welche? Die 29 wird. Liebe Leute, es steht immer noch das Angebot. Klaus, magst du mal die... Mit Bier zu Katrin. Zum 30. Geburtstag. Ich glaube, das ist die Linke, oder? Ja, das kann ich. Oder die andere, die Blonde. Ja, für dich und für mich. Nein. Achso, du bist da... Nein, nein. Aber wir haben ja noch eine schöne Karte von Klaus. Magst du die einfach nochmal zeigen? Karte? Ja, die kleine Karte mit der Nummer drauf. Achso, jetzt nur allgemein die? Nein, nein, wo oben das drauf stand, da. Ah, das drauf stand. Ja, Leute, wir haben doch alles da. Meinst du diese Karte? Ah, ne? Wollen die... Dass wir das... Ja, nein, die meine ich zwar nicht. Die hast du nicht gemeint. Okay. Nein, die meine die andere. Ja, ich habe ja die andere. Ich habe mir eine Single. Ja, genau die. Ja, wen haben wir jetzt? Ja, das ist eine Werbeveranstaltung. Nur Stefan. Wir sind ganz im Team. Nur mit Stefan zusammen. Ja. Ja, wo bleiben die anderen? Wo bleiben wir? Oder sind die anderen, die jetzt nicht bei Starclub Stammtisch sind? Das kann sein, dass die da nicht sind. Aber wir hatten ja die Adresse gesagt. Bei Starclub Stammtisch. Eigentlich ja. Oder? Wenn du jetzt... Wenn ich jetzt noch meine... Ich kann es ja selber mal checken. Ich mache das. Wenn ich auf meine Homepage gehe, habe ich ja einen Link gesetzt. Ja. Wenn ich den jetzt anklicke, ist halt die Frage, ob ich dann zu dieser Live-Übertragung komme. Ja, versuchen wir. Das ist ja spannend. Also, das ist meine Homepage. Da gehen wir rauf. Dann gehen wir unter... Einer. Es ist immer noch... Immer noch Stefan, guck zu. Stefan, sag doch mal was. Du bist der Einzige. Fast hätte ich gesagt. Der Einzigste. Der Einzigste. Stefan, sag mal was. Live-Übertragung. Ja, das ist die Ankündigung. Aber... Kann man das denn da jetzt anklicken? Für normal. Nee. Das ist ja nur die Ankündigung, oder wie? Das ist nur die Ankündigung. Das ist ja nicht der Stream, oder doch? Nein. Das ist nur die Ankündigung. Jetzt sind wir nur für Stefan. Nur für Stefan. Oh, Stefan. Nur für dich. Jetzt haben wir zwei. Zwei. Wer ist die Nummer zwei? Einer ist wieder raus. Oder Stefan ist wieder raus. Nö. Du hast leidensfähig. Ja. Stefan, ja, hallo. Ja, hm. Kennst du dieses Gefühl, Kurt, dass man im Leben was verkehrt gemacht hat? Ja, wir sind jetzt vier Minuten auf Sendung, liebe Leute. Freunde einladen. Wir laden einfach nochmal Freunde ein. Ja, genau. Wir laden einfach nochmal Freunde ein. Wer ist ja dabei. Die laden sich selber ein gerade. Das will ich richtig einladen. Simone, Jo, du hast mein Soto wieder eingeladen. Wir laden alle ein. Jo, lad sie alle ein. Das ist eine gute Sache. So, guck mal, wir kriegen das so langsam hin. Ich kann leider nicht meine Freunde einladen, weil da die Liste ist nicht. Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich jetzt hier meine Liste auch noch öffnen könnte. Oder könntest du, ähm, könntest du ein zweites Facebook-Fenster aufmachen, dich einloggen und dann deine Freunde einladen, ob das geht? Äh, ich glaube nicht, weil in dem Moment, wenn ich Facebook aufrufe, öffnet er dieses Fenster. Du musst er auf fertig drücken, glaube ich, dass du völlig fertig bist. Ja, öffnet er, wenn ich jetzt ein zweites Fenster aufmache, dann sendet er, geht er wieder automatisch hier drauf. Du kannst nicht zwei Facebook-Accounts auf einem Sender machen. Okay, ja, ja, verstehe. Aber, warte mal, wir könnten das anders machen. Wie denn? Ja, wir machen das so. Live-Übertragung starten. So. Live-Video starten. Und somit sind wir hier, liebe Leute, wir sind wieder online, live. Seht ihr uns hier? Achso, wenn wir die Kamera drehen, das wäre vielleicht günstiger, wenn wir hier die Kamera drehen. Jetzt sendest du auch parallel über? Jetzt sende ich auch. Ich sende jetzt über, über, auf Facebook. So, jetzt haben wir, guck, jetzt haben wir das so. Liebe Leute, ihr seht uns hier. Ihr seht mich und Klaus. Und jetzt setzen wir, wir senden jetzt, auf zwei Kanäle. Auf zwei Kanäle. Wir haben jetzt einmal da. Einmal, liebe Leute. Hallo, Thomas. Thomas, weiter, link und zu. Hallo. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt noch andere Geschichten machen, dann, äh... Wir senden jetzt auf zwei, auf zwei, auf zwei Kanälen. Einmal mit meinem Handy auf meinem, oder auf, auf meinem Kanal und mit deinem Handy auf deinem Kanal. Ja, das heißt, du bist natürlich jetzt nur, angenommen, ich würde ja Musik machen, dann sind die anderen nicht dabei. Dann nehmen wir das Handy mit. Achso, gut. Aber der ganze schöne, der schöne Ton ist ja. Der schöne Ton ist ja. Liebe Leute, geht auf Klaus Purath und, äh, verbindet euch da, dann habt ihr uns live, wir können hin und her schalten. Klaus Purath. Klaus Purath. P-O-R-A-T-H. Klaus Purath. The Pianoman. Leute, geht rüber und schaltet euch da hinzu und gebt uns eine Nachricht. Wir haben so ein bisschen, dass wir so ein bisschen sehen werden. Wir arbeiten noch an der Technik. Wir arbeiten noch an der Technik. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Hallo Elfriede, wie geht's dir? Dein Stream. Ja. Auch auf Starclub-Stammtisch. Und meinen sehen sie auch. Das heißt, sie werden, sie kriegen jetzt, hallo Tanja, sie kriegen jetzt praktisch von zwei Leuten was auf die Ohren. Von dir und von mir. Ja, aber eigentlich, ich bin doch auch beim Starclub-Stammtisch. Ja, aber auch auf Starclub-Stammtisch. Nehme ich an, ich weiß es nicht genau. Ja, die Technik. Gebt mir einmal mal bitte Bescheid, wo ihr mich seht. Hallo Dieter. Geht einmal, auf welchem Kanal ihr uns seht. Gebt einmal eine Nachricht, auf welchem Kanal ihr mich seht. Hallo, welcher Kanal bitte? Starclub-Stammtisch, Kurt oder wo auch immer. Danke. Achso, das bist du gut. Das war ich. Ich pfeife auf dem letzten Loch. Ja, bitte mal einen Schluck, einen Kaffee trinken. Wolfgang, zu. Ja, wir haben nämlich unter einen besseren Ton wahrscheinlich. Wir können das Bild umschalten. Hallo Mario, grüß dich. So viele Leute kommen. Kurt, gebt uns mal eine Nachricht, wo ihr uns seht. Du winkst mir noch einen zu. Bei Kurt. Bei, wo, wo sie denn? Ganz und kein Uwe Schade schreibt. Bei Kurt. Wir sind also auf Starclub-Stammtisch. Ihr habt jetzt praktisch mich zu fassen, auf meinem Kanal. Hallo Gerhard. Geht mal rüber auf Starclub-Stammtisch, da seht ihr mich mit... Ich seh euch beide. Klaus Burrard. Ja, danke, das war nicht gemeint. So war das nicht gemeint, aber... Gemeint, über welchen Kanal? Über den Kanal Starclub-Stammtisch, bitte Leute. Da seht ihr jetzt zweimal Live-Sendung. Hallo Michael. Wir versuchen natürlich jetzt... Oder willst du dich noch doch nochmal abmelden und als Kurt anmelden und dann... Geht ja nicht. Warum? Warum geht das nicht? Da sind meine Freunde alle weg, nicht? Ja, da sind deine alle weg. Aber du hast ja viel mehr, oder wie? Nein, ich hab nicht viel mehr. Hallo Karl-Heinz, grüß dich nach Dortmund. Grüß dich nach Dortmund. Ist Karl-Heinz Bayern-Fan? Karl-Heinz will es, nein. Karl-Heinz ist Sportnick-Fan. Sportnick-Fan. Ist mit der Band da richtig hin und dann. Renate, grüß dich. Volle Grenade. Ja. Du hast gewonnen. Jetzt kommen Likes auf unserem Kanal. Obwohl nur einer zuschaut. Wo? Da hast du verpasst. Die sind hochgeflogen. Ja. Daumen hoch. Hallo Allah, grüß dich. Live und in Farbe. Oh Mann. Wir grüßen alle und versuchen hier auch auf Star-Club Stammtisch zu senden, Leute. Geht rüber nach Star-Club Stammtisch. Da kommen schon die ersten Luftballons. Ja, aber wer schickt dir, wenn nur einer online ist? Nämlich Stefan. Stefan, gib mir ja nie einen Like. Das macht es nicht. Jutta, grüß dich nach, wie heißt die Insel? Fehmarn. Nein, nicht. Sylt. Bei Afrika. Für Madagaskar. Nein. Bei Afrika. Nein, links neben Marokko. Mit Ibiza, ne? Ibiza, glaube ich. Jutta, schöne Grüße nach Ibiza. No, weiner dann. Grüße aus Köln. Lölm. Lölm. Wo ist das denn? Nee, das soll Kölner heißen. Ach so. Ja, Thomas, hast dich vertippt. Lölm. Aber auch eine nette Stadt. Kann ja ganz gut sein. Hans. Hans Grausi zu. Ja. Willst du nicht dich noch mit deinem Account anmelden? Nein. Wir gehen einfach so drüber. aus Köln wusste ich doch. Das wissen wir. Aber das ist ein bisschen. Da fliegen Herzen dazu. Herzen. Ich weiß es nicht, wo die ganzen Herzen. Aber nur von Stefan. Hallo, grüße dich. Aus Ibiza habe ich doch gesagt. Grüß dich, Jutta. Hallo. Nett, euch alle zu sehen und zu hören. Und Mölln auch. Ach nee, moin. Ich habe jetzt ja lese ich Mölln. Kurt, ich kann noch stark nicht schreiben. Ach, das ist ja blöde. Warum kannst du da nichts schreiben? Gib eine Antwort. Schreib doch jetzt. Du schreibst ja. Er schreibt doch jetzt auf seinem Handy. Aber, ach so. Du kannst vielleicht. Wieso kannst du da nicht schreiben? Ich mache mal ein Duckface. Kai, Uwe. Warum nicht? Moin. Grüß dich, Axel. Axel. Grüß dich, alle. Ja. Wir haben jetzt hier und der andere Kanal, den wir da haben. Ja. Warte mal. Nachdem wir neun Stunden lang unsere Technik... Nachdem wir neun Stunden lang hier gesendet haben, kriegen wir... Die Technik. Ist jetzt die Technik über das Handy wahrscheinlich besser, ne? So seht ihr uns. Ich werde noch mal einen Kaffee trinken zwischendurch. Aus der Kurt-Tasse. Du kannst auch noch da hinhalten. Ja, hier. Da, guck mal hier. Da, ein Geschenk. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Gut. Ein Geschenk.